Ja, hallo liebe Leute, hier ist eure Andi. Ich sitze gerade total in der Sonne. Es blendet ein bisschen hier oben. Ich bin gerade erst aufgestanden, muss auch noch mir ein Frühstück machen. Habe ich noch nicht gemacht. Und hier habe ich so ein schönes Fotoalbum. Da ist sogar so ein Fotoapparat drauf. Mit schönen Punkten. Das wollte ich euch mal kurz zeigen. Das ist übrigens vom DM des Fotoalbums. Irgendwie ist die Lautstärke vom Mikrofon relativ laut. Aber so versteht er mich ja wenigstens. Und in solchen Fotoalben werde ich meine Fotos reintun. ist ein relativ einfaches, also kein großes. Und ich denke mal, das reicht mir auch aus. Das ist ein anderes. Mit Sterne. Die sind grün. Auch vom DM. Jetzt zeige ich euch mal noch was anderes Schönes. Und zwar ist mein schöner Ordner. Der ist auch neu. Da habe ich ein paar Aufkleber dran. Also raufgetan. Und da kommen auch ein paar Fotos mit rein. Ansonsten vergeht die Zeit nicht. Es dauert halt noch eine Weile. Aber man muss sich halt in Geduld üben. Und meine Beschäftigung habe ich jedenfalls. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.